Untertitelung des ZDF, 2020 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 Auch du bist nicht mehr wach, du bist nicht mehr wach. O wacht und betet meine Brüder. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Mit Gebiet, mit Gebiet und mit Gesang. Mit Gebiet. Mit Gebiet. Er aber unerschrocken nahelt sich den Feinden selbst. Großmütig spricht er. Sucht ihr mich? Sucht ihr mich? So lasst meine Freunde, meine Freunde gehen. Die schüchternen Gefährten fliehen auf dieses Wort. Ihn bindet man, ihn führt man fort. Sein Petrus folgt, der Einzige von allen. Er folgt zur Hilfe, schwach und fern. Mitleidig folgt er seinem Herrn zum Eichach. Was hör ich hier für Worte schallen? Ach, ist es Petrus, ist es Petrus, der jetzt spricht? Ich kenne diesen Menschen nicht, diesen Menschen kenne ich nicht. Ich kenne ihn nicht, ich kenne diesen Menschen nicht. Mitleidig bist du von deinem Egenmut gefallen. Doch siehe, Jesus wendet sich und blickt ihn an. Er fühlt den Blick, er geht zurück und weinet bitterlich. Ich kenne dich, Jesus wendet sich. 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018